Kann man so machen? Schallen 8. 28 Punkte wird der Roswitha Nussbammer mit dem Null und der Beat darf untertrumpfen, weil er keine Schallen mehr hat. Der Roswitha macht das sensationell, 12 wie die Jüngste am Tisch und so souverän. Eichlen Ober. 14 Punkte für Beat und das darf Viviane untertrumpfen, weil sie keine Eichlen mehr hat. 12 Punkte für Beat und das darf nicht vor allem Mal im Hohenzel. 14 Punkte für Beat und das darf nicht vor allem Abwechern. 15 Punkte für Beat und das darf nicht zu wenn du POS